Gute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ich soll mich jetzt erstmal umziehen. Aha. Ich kann mich verändern. Komm. Ah, Bleichgesicht. Na. Na ja. Was war's? Hm. Nehme ich das am besten. So. Na ja. Amerika. Jawohl. Das sieht auch schön aus. Die sind auch cool. So. Ich hab mich umgezogen. Soll ich mit Dutsch reden oder wie der heißt? Bitte. Ist da jemand? Die Dreckies sind hier einmarschiert. Die eine am Ring. Die haben Leute in der Luftwaffe dann ab. Unsere Lebensmittel gestohlen. Und dann wurde ich überall geschossen. Menschen sterben. Bitte. Hilf uns doch. Ich weiß nicht, wie lange die noch durchhalten. Bitte. Ich flehe euch an, wenn ihr eine Waffe habt. Kommt da drauf, ey. Kommt. Wir sind ganz gestanden. Dieses Geld hat völlig in Verstand für uns. Sie werden uns alle töten. Wenn irgendjemand was will. Was soll Jerome und ich werden tun, was wir können. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Es geht uns nicht. Alles klar. Der meint es wohl ein bisschen ernst. Der Typ da. Hab vergessen, wie der heißt. John Seed. Irgendwie so. Dead. Ach, interessiert mich gerade nicht. Da auch irgendwas. Ja, komm. Ist doch kein Story-Spiel. War Far Cry jemals ein Story-Spiel? Ich finde nicht. Ist eigentlich immer mehr das Rumgeballer. Hm. Da steht's. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Ach, anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. Schon wieder eine Insel. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich guck dich an, sobald du dich orientiert hast. Safe. Alles nehmen, alles nehmen. Was habe ich mitbekommen? Das habe ich durchaus mitbekommen. Verlass in den Mucker. Ja, endlich. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Halt Q gedrückt. Ja, das habe ich schon auszusehen herausgefunden. So. Ist hier noch irgendwas? Scheinlich. Nehme ich auch mal mit. Aber das dann will ich. Das ist schon cool, so ein Mucker. Mach zu. Oh, geil. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Klingt cool. Du kannst das Eigentum von Edens Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße. Allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Okay. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sekten Außenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Edens Gate zurückschlagen. Wann kommt die Armee? Anscheinend gar nicht, weil wir die nicht erreichen können oder so. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Das ist out. Da ist Süden. Der Weg entlang folgen. Karte. Kommen wir nicht weiter raus? So, nochmal kurz gucken. Grafik. Vollbild. Hi. Ja, alright. Nicht verfügbar. Ultra, ultra, ultra. Ne, ich bin nicht farbblind. Ja, V-Sink macht meistens keinen Sinn. Boah, ist das aber... Ist das immer so? Ist das Nebel oder was? Krass hell. So. Wahrscheinlich schon nicht... Blut. Blut ist immer ein gutes Zeichen. Habe ich keine Muni. Ah, so kann man die markieren. Boah. Zweiter Schuss war gut, der erste Schuss war schlecht. Ich kann da nicht drüber schießen. Schade. Das ist jetzt echt schade. Komm. Ach. Stell dich nicht so an. Wo ist er denn? Ah, ich hab jetzt ne Waffe. Ja. Wo ist sein Wurfgeschoss? Okay. Wurfgeschosse. Hatte ich die Waffe nicht nehmen? Ist das selber oder was? Wie war das mit Wurf... Ah, verdammt. Falscht hast du. Da. Wurfgeschoss. Alles klar. Mit... Was kann ich die werfen? Acht. Okay. Ja, warte mal kurz. Okay. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepperlager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehörtet. Okay, ich muss das Ding benutzen. Die Seilbahn. Ist hier noch jemand? Ich kann hier nicht rein. Kann ich da rein? Ich muss anscheinend hoch. Auf geht's. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Munition und so weiter. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfen fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss nur das mal hier anschauen. Echt alles vor der Rauch. Was ich nicht verstehe? Was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Wir kommen sie ziemlich abgeranzt vor uns. Heilige Scheiße. Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße. Ich glaube, bist du wahrscheinlich tot. Aber das interessiert mich ja nicht, weil... ...die ganz schön in ihre Waffen vernarrt. Alter. Oh fuck. Falsch. Oh, wieso gibt es denn mehrere? Das kann schon nicht wahr sein. Auf geht's. Nach oben. So ein Scheiß. Ich bin gerade die... Ne, ich bin die auch nicht entlang. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Blub, 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 blub. Boah, geil. Blündern. Wie, das war's oder was? Wieso bin ich hier hingegangen? So, ich könnte... Ach so, ich soll eh alles hier wegmetzeln. Schleureisepunkt nicht verfügbar. Da muss ich hin. Wo ist das? Da. Alles klar. Gehe ich mir da lang. Einmal außen rum. Aber ich komme bisher mit Einzelschusswaffen hier besser klar im Spiel. Ich will einfach die Seilrutsche nehmen können, ich Idiot. Und hinschmeißen. Ich finde, das geht so viel besser von der Hand als irgendein... der ist auch noch ins Battleground. Zack, weg. Ach, du lebst noch. Ach, du lebst immer noch. Jetzt musst du aber tot sein, oder? Alter. Was für das denn jetzt? Der hat viel geschrückt, aber die anderen waren ja mit Einzelschuss jeweils weg. Das sind immer noch dieselben Waffen. Nitro. Also, ich gehe mal ein bisschen weiter in Deckung. Was ist das denn jetzt? Oh, geil. Wie kann man das denn kaputt machen? Ehrlich jetzt? Versteck mich hier drin. Dann machen wir folgendes. Holen die Acht raus. Oh, das brennt ja doch. Äh. Exklusiv ist das ja also gleich. Okay, dann. Ah, jetzt. Boah, ich bin ja schon. Scheiße. Scheiße, hör zu. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Boah. Da. Auf geht's. Pistol-Action. Scheiß auf Maschinengewehr. Wie lange müssen wir noch auf die Achtracken? Hinter mir war jemand. Seh dich mal um, komm. Deine Sünden werden dich einholen. Was zum... Hm. Ah. Hey, du sahst relativ gut aus. Naja. Selber schuld. Halt mich hier raus. Ich war erledigt. Danke. Du hast die richtige Wahl getroffen. Hey, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Auf geht's. So eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Ja, ich bin eine Ein-Mann-Armee. Wofür soll ich so einen Loser brauchen? Dave Smith, wenn er wieder heißt. Um eine Hilfe... Um eine Hilfe... Okay, geh zum Helfer. Drück ihm... Um deine... Okay. Alles klar. Was ich jetzt machen würde, ist... Können wir es nicht um den? Der war doch drauf. Das kann nicht sein. Was ist das? Oh. War ja einfach. Gut mitgedacht. Ob es noch überlebt ergibt. Ich seh mich wendern, um neue Waffen zu bekommen, weil... Obwohl, die Pistole ist schon hartstark, ey. Ohne Witz. Wurde ich dir gerade halb entdeckt? Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Ach, Schnauze. Ich befreulich von hier. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Echt jetzt? Vielen Dank. Gib mir doch mal eine gute Waffe. Ich hab schon krasse Waffen. Aber Sniper-Gewehr. Ich will mit Sniper spielen. Unbedingt. Kann ich dir in den Kopf schießen? Okay. Kann man auch Luft anhalten. So, was jetzt? Dann ist nochmal ein Zeichen. 300 Meter entfernt haben wir kein Boot. Ein Boot. Schade. Kein Auto, kein Boot. Boah, was ist das für ein Nebel, ey? Oder Rauch. Das ist schon krass ekelhaft. Ah, dann sind wir hier schon mal. Da hinten soll was sein. Auf geht's. Na. Einfach reinrennen. Drei, zwei. Sehr schön. Sieht zwar ein bisschen behindert aus. Die sind weg. Boah. Das ging ja schnell, ey. Oh, die Mucke. Ach, schade. Ich dachte, geht länger. So. Dass sie jetzt noch weitergeläuft. So ungefähr so eine halbe Minute oder so. Wäre cooler. Aber was willst du machen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das seht mich eigentlich überhaupt nicht. Hat denn irgendwas mit mir geredet? Ich hab gar nicht aufgepasst. Äh, wer bist du denn? Ich kann dich nicht anreden, da... ...der hier slow läuft. Kann ich jetzt anreden? Hallo. Kann ich die Waffe wegpacken? Begib dich zum Funkturm, da hinten hin. Kommt der noch mit oder nicht? Ganz ehrlich... Ey, 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 ey. Warte, 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 warte. Okay, wird gemacht. Bleibs jetzt da. Danke. Ist mir zu einfach. Wenn da noch so ein Typ mitgeht. Oder ich muss auf schwer stellen oder so. Uh. Nice. Beide Richtungen kann ich dann... ...drei Richtungen kann ich dann verbauen. Ist hier jemand da? Hallo? Schlüssel benötigt. Na, egal. Kletter, kletter, kletter. Ja. Ich hätte schon längst Höhenangst. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf. Dass du nicht runterfährst. Ist dieses typische Assassin's Creed-mäßige. Was auch bei Far Cry 3 jetzt schon drin war. Bei 2 weiß ich nicht. Aber ab 3 war es ja auch drin. Dass man da welche Türme besteigen musste. Alter. Yeah. Dutzinsel wurde befreit. Hey, Deputy. Ich kriege jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erkläre dir, was ich so höre. Alles klar. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus. Damit wir das gesamte County sehen. Haupt County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die White-Hail-Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser scheiß Zippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die White-Hail-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Hanbane River. Das ist das für wir von Faith. Der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt. Und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Da will ich jetzt erst hin. Achso, da kann ich dann noch nicht hin. Da gehe ich da hin, würde ich mal sagen. Geradeaus nach Angel's Peach. Hallo? 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 Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleinen Pieches geärgert. Und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Ach du Scheiße. Okay. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Achievement. Unlocked. Das ist Borg. Ja. Der kleine Funken. So sieht's aus. Oh, Scheiße. Der Beauty. Ich krieg da grad was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein. Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert. Das ist die Freiheit von der Sünde, reicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekämmt eure Sünden. Und es wird euch ein Bus aufnehmen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Ihnen's Gate. What the fuck, ey? Der ist so krank. Scheiße. Ja, werde ich. Keine Sorge. Mehrspieler-Spielmodelle sind jetzt verfügbar. Ja, das ist schön. So, habe ich gerade der Überspielergebild. Ich habe hier für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County-Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Ja, sag doch, welche Region du Affe. Köder. Bei der Jagd. Ach. Scheiß auf Köder. Was hat er gesagt? Angels Peak. Silvers Lake. Hat es Silvers Lake gesagt? Ich habe nicht zugehört. Hä, ich dachte, kann man es angucken. Logbuch. Logbuch ist da dabei. Ach komm, mache ich das da? Welche Richtung ist das denn? Norden. Da hinten ist es. Na. Macht keinen Sinn. Da knallt man doch voll auf den Boden eigentlich. Aber ist ja auch egal. So. Was bedeutet das denn jetzt? Erntetrack, Schwein. Ach, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Du. Als es hier so richtig losging, soll Merle seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake gebracht haben. Der Kerl kann kämpfen, aber ich fürchte, das hier könnte eine Nummer zu groß für ihn werden. Okay. Muss ein bisschen rennen, ha? Frei das Baronsägewerk. Brücke. Ach so. Pflanzen kann man sammeln. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wenn das böse sind, habe ich ein bisschen gelost. Ich schwimme doch mal lieber da so hin. Oder über die Brücke. Ich muss dann doch über die Brücke. Schade. Schade. So. 1555. Ah, jetzt bin ich bei der im Gebiet. Herr Beauty, du bist jetzt im Handling-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos. Aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann warte mal ab, bis du auf diese herumschlufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels. Aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Ja, aber Faith... Ich will ja irgendwas mit ihr zu tun haben, weil... die ist so ziemlich typisch. Ist die böse? Früher haben die Bowshaws immer total abgedrehte Grillabende im Moonflower-Trailerpark veranstaltet. Jetzt... Warte mal. Warte doch mal. Was kann ich jetzt damit machen? Alter! Aussteigen. wie kann man aussteigen was kann ich damit zu machen kann ich damit nichts machen ne macht mir Sinn für mich auf geht's Schiff fallen vom Dose werfen oh oh Alter was war das denn jetzt hab ich gestorben oder was so Absolut, wie ich besser zurecht war, weil ich einfach bam, dann ist er weg, aber wo bin ich denn hier? Das geht doch gut. Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Drüben, bei der alten Radon-Mine läuft so ein scheiß Großstadtliberaler rum und brüllt den Leuten Befehle zu. Wusste ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Bin ich hier? Okay, ich kann angeln. Erstelf-Set voll. Herstellung. Halse und Waffen. Was? Alles klar. Ich fahr einfach mal hier entlang. Alter, ist das... Was ist das? Ein Bär? Eine Bär-Töne. Da hinten ist er. Wo ist der Bär hin? Der Beauty. Wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Pfille zahlen. Das sind die Pflanzen, die ein bisschen vernebeln. Versteh schon. Dann geht's mal hier hoch. Okay, jetzt... Ach... Oh... Alter! 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 Du brennst, du brennst. Er explodiert ja. Was? Ah, das Feuer breitet sich aus. Das ist sehr heftig. Was denn jetzt? Okay. Was bringen die denn? Was kann man damit machen? Was ist das? Fallschirm. Ja, schon mal cool. Kletterhaken. Ich halte den. Ach so. Geheignete Stellen. Faustkampf. Faustwaffen-Mutionen und Nahkampfwaffen. Was? Watt. Waffensammler. Ja, Fallschirm macht erstmal Sinn, ne? Und das da. So. Alles so gesagt. Aufskellen. Ja, komm Typ. Komm her. Ja, doch, das wissen wir schon. Los, nächster Radiosender. Geht anscheinend nicht. Sehr nice. Diese Berge gehören Eli und seiner White Hill Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich hab schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Wait, du guckst hässlich. dann ist man einfach vertrauen ja ich kann ziemlich gut mit der waffe umgehen dann auf geht's kann ich dich auch anheuern auf geht's ein hier ich warte nur auf dich wo ist die andere ist die auch drin aber mir ist auch egal auf geht's wieso bin ich noch in einem stück an roger bin unterwegs was ist das klettern oder was kletterhaken hätte ich dir mal freigeschaltet heftig drei alam dinge nein in bewegung Alter, wie konnte der mich so krass abschießen? Alter, ich habe wohl die scheiß Waffen. Oh, ne, ich brauche ein Cyber-Gewehr. Kann ich das nicht einfach durchschießen oder so? Dass die keinen Empfang mehr haben? Aber viel logischer. Ich verstehe. Dass man nichts selber speichern kann für mich zum Kotzen. Naja. Schaut ruhig zu. Wenn da, wo der Natur interessiert es nicht, wer du bist oder woher du kommst, sie beleidigt ohne Mitleid und Empathie. Nur die Staaten überleben. Deck mich. Wechsel Stellung. Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran, der Idiot. Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Ich bin dran. Sie sind dran. Sie sind dran. Und es ist auch immer möglich. Ich bin dran. Du musst nicht abschalten. Ich könnte hier wirklich Hilfe gebrauchen. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Alter. Alter. Ui, das ist hart. Alles klar. Los geht's. Schleichen diesmal. Schleichen. In Bewegung. Ich hätte gerne so einen lautlosen Sniper oder so. Schall geschützt. Schall gedämpft. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich habe ein großes Problem. Wir können los. Sniper ausgeschaltet. Ja, ich habe sie. Was? Kein Alarm. So macht man es. So macht man es. Und da oben war einer mit einer Sniper. Der will ich erstmal blündern. Oh, die Mucke. Okay, was ist das? Ja, das war es erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao. Vielen Dank.